so hallo und herzlich willkommen zurück zur begrenzten herausforderung blutlust stufe 6 heute mit diesem team anders wie die letzten zwei male falls ihr das gesehen haben solltet bisher nehmen wir heute mal die nachtfalken mit das ist jetzt mal was die rote krähe anstatt die nachtfalken wichtig ist halt dass wir erst mal diese dämlichen dunklen anhänger loswerden so haben wir schon mal ein erledigt du kannst dich schon mal um den drachen hier kümmern ein bisschen tricky wird ist die letzte stufe der boss fight aber gehen wir hin auch beim zweiten hier obacht geben unbedingt diesen dunklen anhänger müssen wir auf jeden fall zuerst loswerden so fangen wir kurz zu stun du fliegst weg genau jetzt kommt noch mal so beschissene feindliche verstärkungen die wir allerdings auch ziemlich schnell loswerden sollten dass uns unsere prima donna den geist aufgibt so und stehe wieder da mit meinem talent ne so dann greifen wir erst mal hier hinten an diese das wird nicht ganz so flieg so jetzt gibt es erstmal einen stun auf die presse belieben nachtfalken oh die haben jetzt los ich würde mal sagen wir greifen jetzt erstmal den centaur da ich glaube nur dass die prima donna jetzt überlebt bis dann healing oh fuck alter wie geil war denn das jetzt hier ist das der kartoffelkopf hier am start ja fuck you alter war das jetzt geil oder war das jetzt geil vollgas ins vergnügen ne ja dann würde ich mal wieder sagen vielen lieben dank fürs reinschauen zuschauen bis zum nächsten mal viel spaß mit einem neuen helden falls ihr den noch nicht habt falls ihr noch nicht so lange lords mobile spielst schauen wir mal können wir den kümmern jetzt auch hier schon pimpen das dritte mal wo es diese begrenzte herausforderung verbessern tja wie gesagt viel spaß mit einem neuen helden oder halt auch beim pippen des neuen helden wir sehen uns darf demnächst wieder beim bug bumble let's play beziehungsweise Pokémon Legenden Asios muss noch ein paar sachen erledigen und dann ja freue ich mich auf Vorschläge was wir so das nächste mal zusammen zocken wollen hab euch lieb bis demnächst schau ich dabei bye